Musik Wir betrachten das Kunstwerk «La Séance de peinture». Dieser Titel ist französisch und heisst «Mahlstunde». Der Künstler François-Émile Barraud hatte es 1933 gemalt. Er lebte im französischen Teil der Schweiz. Als erstes blicken wir auf die junge nackte Frau im Vordergrund. Sie fällt auf. Die junge Frau liegt auf einem Bett. Sie schaut aus dem Bild. Schaut sie uns an? An was denkt sie? Ist sie gelangweilt? Ist sie müde? Hinter der nackten Frau sitzt ein Mann. Er malt mit Pinsel und Farbe auf eine Leinwand. Hat er die nackte Frau gemalt? Wir sehen nicht auf sein gemaltes Bild. Komisch. Die nackte Frau kehrt dem Maler den Rücken zu. Wie sieht wohl sein gemaltes Bild aus? Der Maler schaut nicht auf sein gemaltes Bild. Er schaut uns an. Hinter dem Maler steht eine andere Frau. Sie hat blonde Haare. Wer könnte sie sein? Die Lehrerin des Malers? Nein, es ist die Frau des Malers. Sie heisst Marie. Der Künstler François-Émile Barraud malte gerne leere Räume, Porträts von Menschen und Familien. Die Motive wirken oft starr, stumm und ärmlich. Der Künstler zeigte oft die Situation von einfachen Menschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017